Hi Leute und herzlich willkommen zu... Ok, da steht's jetzt auf Deutsch, aber bei Steam steht's auf Englisch. Allein im Dunkeln, niemand an Bord. Ein Wimmelbild Game, wie versprochen. Ähm, ja. Ich hab schon ein Profil gemacht, jetzt haben wir gestartet uns das Spiel. Wie ich spiele natürlich, ha, da gibt's kein leichter, da gibt's normal. Ja, viel Spaß noch. Liebe Frau Detective, Unsere Stadt hat ein mysteriös Problem, das wir nicht selbst lösen können. Im letzten Monat ein Fahrzeug loaded mit Gäste und eine ganze Kruppe sailer aus unserer Harbour. Aber das Fahrzeug nie hat es geschafft. Wir haben ihn ein paar Wochen später, empty und driften, die Fahrzeug und die Kruppe hat sich verliebt. Sie, Frau Detective, haben eine Reputation für lösen das Unlösungsloslos. Bitte, hilf mir zu lösen diesen Fall. Das ist ein mysteriös. Wie können Cargo und Säler weggehen, wenn das Schiff enttämpft werden? Ich bin John Donahue, Mayor von Port Providence. Ich bin John Donahue, Mayor von Port Providence. Es wird kalt und kalt unter dem Deck. Hinsichtlich eine hauntere Strecke. Besser, das Lampen mit dir fтировchen. Ich finde die Animation ziemlich cool. Ich glaube, das kann mir in den letzten Vimobil-Spielern nie vor. Und jetzt, Arbormaster, wir gehen zurück zu unseren Zutaten und die Frau zu ihrer. Das könnte ein Bild des Hafenmeisters sein, als er noch irgendwo noch keine grauen Haare hatte. Okay, es dürfte da nichts Wichtiges geben. Ich kann ihn besser. Gut. Was war das? Ein Schraubendreher. Ein Schraubendreher. Ich schmeiß mal ein Dokument auf die Schlange. Das wird schon irgendwie gehen. Gut, wir können nichts machen. Okay, ich glaube, das war's noch schauen. Wir können nichts machen. Wir müssen auf jeden Fall da mal her. Der Hund ist mir zu gefährlich. Und dann noch ein Schraubendreher. Okay. Das sieht ziemlich böse aus. Die Animation ist mal wirklich neu. Also, der Minister hat dir einen Pass gegeben. Und zwar, wir können nur ein paar Füße mit einem Ohr. Okay. Gut, wir können nichts machen. Da hast du uns nicht. Du brauchst einen Ruder. So, wir haben jetzt hier eine Karte. Ein Pinsel. Hey, das hört sich ganz anders dann. Ganz andere Geräusche. Ich schlafe der Füße an. Eine Uhr. Da haben wir Taub. Eine Rose. Was gehört dazu? Was haben wir da noch? Ein Herz. Hufe. Was ist geklitzert? Da haben wir eine Schnecke. Da ist schon wieder die Pfeife. Eine Banane. Gibt's aber noch viel. Pfff. Kerngehäuse. Was ist denn das eigentlich? Oh. Einfach irgendwas angelegt. Okay. Sonnenbrille. Ah, hier. Was ist ein Kerngehäuse? Was meint er damit? Ich möchte jetzt nicht meinen ersten Tipp jetzt da verwenden. Ich klicke da einfach jetzt mal irgendwas Stubide an. Ah. Ja, so, ja. Glückwoll. Du hast es auf jeden Fall aufziehen. Wir haben ihn dann aufziehen. Wir gehen zurück. Genau. Ja, Tiere sind leicht zum Ablenken. Oh, wir haben jetzt einen Besen. Das ist ein Besen. Das ist ein Besen. Das sage ich auch. Du fliegst die Musik nicht zu laut. Aber das weiß ich erst noch beim nächsten Mal. Äh. Für mich. Da. Ah ja, stimmt. Er braucht das ja. Ich bin bereit. Wir können jetzt fahren. Äh. Segeln. Oder wie das heißt. Hallo? Hallo? Ist da jemand an Bord? Hallo? Ich bin auf dem Schiff. Es ist Zeit, die Untersuchung in ernst zu beginnen. Das ist eine der erste Spiel. Du hast doch kein Spiel. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit zurück. Vielleicht. Ich dachte, dass es meistens drehen ist. Das ist nicht mehr. Ich bin zu weit weg. 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 abspülen wir haben jetzt einen haken schau guck mal da blinkt zu vermeiden äußersten balken im kerne wir haben ja noch einen zusätzlichen haken so funktioniert das jetzt nicht vielleicht kann ich mit irgendwas herabziehen er ist zu schwer okay vielleicht geht das mit dem ja aber die kiste ist leicht ne die kiste ist verschloss auf schluss ist nicht so stark das kann man mit einem schraubenzieher flinke finger ehrenfreit hast du mir in vier sekunden gefunden natürlich darum habe ich mich jetzt auch behalten man müsste ich ernähren bekommen das ist und eine minute geschafft habe ich bin glückwunsch dass ich noch weg von wieder probieren willst du in weniger als eine minute deswegen erwischt mich auch bald schild symbol so jetzt haben wir mal die erste hälfte so hilfe man glaubte die unglücklich vorbei doch während der letzten 50 jahre kam es alle zehn jahre zu schiffskatastrophen wenn die wieder sankt die schiffe mit mann entschuldigung und maß sie wurden oder sie wurden verlassen im meer gefunden direktiv vor festland nahm vor zehn jahren ich habe gerade vergessen jetzt habe ich so was aufstoßen vor zehn jahren ermittlung auf doch er auch doch auch er verschwand war ein opfer des fluches und wer muss als nächstes daran glauben die bürger von port providenz sind entsetzt wunderbar schön und wir haben da jetzt ein stift zum schreiben 17 25 das kann man sich ermirken 17 25 17 25 wo war denn der code noch mal 17 25 so wir haben jetzt das ding jetzt da ist das ist fertig was haben wir noch schönes schlüssel zuerst der rätsel in der darbteg muss wertvoll springen arrangiere die hälfte so dass jeweils beide hälfte die gleiche farbe nebeneinander haben ähm grün mit grün Aber welche Farbe muss das jetzt haben? Die gleiche Farbe haben. Ich würde sagen blau mit blau. Nein, grün mit grün. Okay, das geht so nicht. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir machen das jetzt so. Oder auch nicht. Bla bla. Da, da hat es etwas. Wir machen das jetzt anders. Nein, das wollte ich nicht. Ja, genau. So, jetzt müssen wir das hin. Was das nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das so. Nein. Bla bla. Was ist, wenn ich das jetzt so mache? Okay. Das erste Rätsel und ich plage mich jetzt schon. Was ist, wenn wir das jetzt mal so machen? Jetzt alles. Jawoll. Wir haben gefunden. Dann Kartenteil, dann eine Säge. Oder Fuchs-Schwanz. Doch nicht. So, ich komme da jetzt aufs Ding. Denk auf. Wir haben einen Schlüssel. Gibt es da nicht irgendwas, was versperrt war? Okay, wir sind doch schon fertig. Wir brauchen das jetzt mal. Wir haben jetzt eine Säge. Okay. Dann. Und dann.